Moin, hier ist Heini, jetzt geht er weiter mit Minecraft und ich war schon fleißig. Folgendes, ich hab mir die Minimap installiert, ich hab die Monster mal ganz kurz ausgestellt. Die kann ich ihm wieder anstellen, sonst macht er keinen Spaß, sagt ihr, wenn ich da... Weil ich habe hier, soll ich mal gucken, und nicht euch erschrecken, ihr Mistviecher, ne? Ich habe hier ein bisschen rumgegraben, hier hab ich schon alles ein bisschen platt gemacht, hier kommt das alles weg. Dann, das kommt hier auch alles weg, dass das eine Ebene ist, ne? Dann hab ich hier ein paar Bäume weggekloppt. Und das kommt hier alles nach und nach zu. Hier ist ein Loch drin, weil ich hier schon ein bisschen gegraben habe, hier kommt das alles nach und nach zu. Diese Ebene auch noch, mach ich gleich auch noch. Oh, da ist er, ja hallo, hier. Wieso stirbst du nicht einfach, du Mistviecher? So. Eggmode eben was retten. Bäume da hin, Obst, oh, ich hab auch nicht grad viel zum Fressen, ne? Fäll mir grad ein. Auf jeden Fall, was ich euch zeigen wollte. Ich habe jetzt die Minimap installiert. Das habe ich hingekriegt, da gab es viele geile Videos zur Anleitung, wie das funktioniert. Ach, du dickes Ei. Ähm, ich mach das mal eben... Na, totschießen lohnt sich auch nicht, ne? Was, wo? Ach, da bist du hier. Guck mal her, guck mal her. Oh, ich kriege immer Gänsehaut, weil ich die Mistviecher hier, ey. Jetzt kommen die ganzen Pfeil- und Bogenfutzis da, ey. Aber wenn ich die jetzt eben schnell als erstes platt mache. Nein, ich bleib hier stehen. So, wenn wir M drücken, dann sehen wir hier Arise, jetzt haben wir den an. Und jetzt weiß ich wenigstens immer demnächst, wo ich bin. Und jetzt habe ich Waypoints, Off. Und jetzt machen wir Back und jetzt leuchtet da ein Bunt. Jetzt denken es alle, Heini. Hier haben wir jetzt mein Zuhause, sieht man da, das rosane Ding. Ich hoffe, man kann die Farbe noch ändern. Hier haben wir jetzt immer so einen Punkt, kann die ein- und ausstellen. Und dann weiß ich immer, wenn ich irgendwo in Honolulu bin oder keine Ahnung. Oder ich habe gerade irgendwie... Wo ist mein Schwert da? Ich habe gerade jemanden umgelegt. Tuki, Batschi, Schnackebuku, Hakkakati. Geht das Fleisch ganz bald weniger. Und gehen wir nicht bei meiner Schafe bei. So, weil ich die Farben nicht so leihen mag, schalte ich das immer nur ein, wenn ich das so wirklich brauche. So einfach, so stört mir das denn jetzt nicht. Und M kann ich das wieder mit ausschalten. Ist praktisch. Und man kann auch viel mehr Sachen mitmachen. Ich habe da noch gar nicht rausgefunden. Die Wegepunkte sind immer am wichtigsten. Und cool, jetzt kann ich das nämlich immer vernünftig machen. Habt ihr alle Angst, oder warum sind nur zwei, drei bis jetzt gekommen? Ihr habt ein bisschen Respekt vor mir jetzt. Hätte ich an eurer Stelle auch. Ich werde mir da eine Blume hingelegt. Dankeschön. Finde ich gut. Ich werde jetzt hier... Ah! Wo kommst du denn hier, du kleine Kacksack? Na, hier, guck mal, das ist ein Schwert, ey. Da stelle ich dir so... Was ist das denn für eine Kacke? Fuck! Wo sind meine Sachen? Nee, bitte nicht, ne? Scheiße! Scheiße! Ich breche jetzt erst. Ich bin wieder da. Ich habe kein Bett gebaut. Ich drehe durch. Ich kann nicht mehr! Hau ab, ey! Hau ab! Ja, siehst du. Ein Loch gefallen. Ihr seid so blöd, ey. Ihr seid so blöd. Ähm. Wo muss ich denn lang? Hier muss ich lang. Ich laufe jetzt hier lang. Ich habe jetzt keine Sachen mehr. Und jetzt kann ich mal... Ey, gut, dass ich das gemacht habe, oder? Mein Waypoint kann ich anmachen. Oh, fuck, ey. Ey, wenn jetzt... Wie gestern, oder nicht? Ey, wer bekloppt den Kopf, du. Was kann ich hier mal machen? Frikadellensuppe. Keine Ahnung. Wenn sie immer hier knallt, irgendwas. Ich glaube, so eine Waschmaschine hat sich selbstständig immer. Ähm. So, das ist schön. Die Tittenfische tun mir nichts. Das ist schön. Jetzt testen wir auch doch mal dieses... Mmh, Point. So, Waypoints. An. Ah. Ist das Goyle? Ist das Goyle, oder ist das Goyle? Wieso zeigt die... Da hinten sehen wir das gerade aus. Ja, 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 ja. Ey, mit einem Glück habe ich das jetzt installiert. Und dann baue ich mal als erstes gleich ein Bett. Und dann gehe ich erst mal schlafen, weil ich glaube, der letzte Stand, da kannst du immer pennen und so. Oh, Mann, 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 du. Ey, mit euch habe ich einen Fun gemacht. Ich sage euch das, du. Aber wieder was gelernt, ne? Der Waypoint ist echt praktisch. Jetzt kann ich wenigstens mal ein Zuhause suchen. Und wenn ich hier... Oh. Oh. Zweimal weh, hat mir jemand gesagt, kann ich rennen. Ja, das ist kein Rennen, das ist ja hier. Okay. Aber, ich gehe mal ganz kurz hoch. Ich habe doch gestern hier so viel Eisen gesehen, ne? Könnt ihr euch da dran erinnern? Wo war mein Eisen? Das war nicht hier, ne? Naja, ist auch scheißegal. Werden wir finden. Wo ich gestern alles ein bisschen abgetragen habe und sowas alles. Habe ich auch... Also kann ich auch hier vor die ganzen scheiße Monster weglaufen mit so einer Geschwindigkeit. Ey, geil. Aber das ist mein Land hier. Das werde ich abtragen. Was zu hoch ist, werde ich abtragen. Das geht ja schnell. Das mache ich immer nebenbei. Das mache ich nicht im Video. Und das werde ich dann hier, wo das so ein bisschen... Was war das? Schaf, mach das nochmal. Leg die hier um. Du kennst mich. Ah, hier sind meine ganzen Sachen wieder. Äh, ich habe alle wieder ein Glück, ey. Ich habe auch gestern zwei, drei Schafe gekillt, damit ich jetzt mein Bett bauen kann. Und als erstes... Dieses hier halte ich, glaube ich, als Lager. Ich will ja später mein Elternhaus nachbauen. Farm, also mit Land und so hatten wir ja auch. Und das baue ich nach. Und jetzt haue ich erstmal hier ein paar Steine hin. Warte mal kurz. Haben wir denn noch Sond? Nö. Ähm, dann machen wir das so. Den nehmen wir mal ein paar Steine. Und packen hier mal im... Bööö. Hör, da. So, nicht zu groß. Wir wollen erstmal nicht übertreiben. Wir wollen erstmal ein kleines Dingchen bauen. Und das wird dann später immer größer. Ne? Und der Schuppen links bleibt so, das wird mein Lager und ich werde pro Artikel werde ich ein Tour machen. Für Körner und so ein Scheiß. Da passiert mir nicht normal, die Kacke. Ich hätte mal Maurer werden sollen, ey. Aber dass mal so ein Geist... Äh, wer heißen die olden Missviecher nochmal, ey. Dass die mal mit anpacken und sagen... Nein, komm, ne. Wir machen immer... Äh, du Misshau ab da. Ich hab... Was machst du auf... Ich dachte, was steht da noch auf einmal, du Kröte, ey. Oh. Oh. Ich glute da alles nicht, was hier passiert. In der Mine, Kraft, Werk. Ne. So. Ich glaub, eine Höhe machen wir noch. Dann kriegen wir nicht so Platzangst irgendwie, ne. Ja, ich weiß, andere machen das schneller. Ich muss noch erstmal immer nicht, dass ich wieder... Ich weiß, mit dem Schiff fällt man nicht mehr runter. Okay, das werde ich jetzt auch mal drücken. So, dann sind wir schon mal sehr weit. Ich spring mal hier runter. Ne, geht nicht. Dann mach ich... Geht schon, aber ich will mir nicht away tun, ne. Oder muss ich mal sehen, dass ich mal gar nicht was für Fressen mache. Sonst bin ich ja gar nicht wieder tot, ey. So, so, so. Wir sind fertig mit meinem Häuschen. Das ist erstmal nur mein Häuschen, dass ich überhaupt hier... Hau ab da, ey, du Mistvieh. Oh, eine Morio habe ich gefunden, wie gold es sein hat. Wo kommt der noch einmal her? Sag mal, bist du bescheuert? Nur sagst du, dass du da wegkommst, ey. So, zack, 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 bumm, schlabberdi dumm, quatsch, knutsch. Oh, reicht das, meine Steu, ne? Ey, geil, genial. Jippie, komm her, drauf reiten. Klatsch, kriegst du an einem Beck, ey, hast du selbst schuld. Ich hab dir das gesagt, verschwinde hier. So, oh ne, wir müssen ja in der Werkstatt dann gehen. Ja, jetzt bist du beleidigt, jetzt verpisst dich. Ne, hast du selbst schuld, ey. Was machst du bei mir alles wegfressen? Ich krieg dich sowieso gleich wieder, ey, selbst schuld. So, das ist mein Lager. Da gehen wir da erst das erste Mal hin. Und was wollte ich hier nochmal bauen? Eine Tür. Dumm, di dumm, di dumm, di dumm. Allerdings ganz kurz, ganz kurz warten. Ich glaub, eine Tür war so. Nein, fast. Ja, ich weiß, er gibt irgendwie mit rechter Maustaste, linke Schiff festhalten, hab ich schon alles, haben die mir schon erzählt. Bloß, ich vergete das immer. So, jetzt machen wir das nochmal mit Brettern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Hä? Da ist meine Tür. So war meine Tür. Fein. So, geht doch. Tür. Oh, die ist aber schwer, du ey. Kann man hier mal meinen Anpacken von euch Skelettentoren hier, du? Zack. Ja, ja, ja. Scheiße. Ich wollte die Tür gar nicht rein haben. Ach, egal, dann mach ich noch eine Tür. Für mein Haus. Äh, erstmal machen wir ein paar Bretter. So, Bretter sind nochmal wichtig, weil ohne Bretter ist das doof, nee. Kann auch hier hin. So, jetzt machen wir da nochmal eine Tür. So, dann machen wir auch... Hier kommt die Tür rein. Sehr schön. Bisschen zu grauten. So. Ja. Sieht gut aus. So bleibt das. Schön. Was hier? Gold? Nee. Hätte klappen können. So, dann ist das. Das ist sozusagen wie eine Gerar... Gerar... Oh, habe ich auch fast wieder reingefallen, ey. War ja auch mal so dicht. Fall ich noch nicht rein. Dann weiß ich, dass da was ist. Jetzt werden wir ganz kurz mal eben ein paar Schaufeln und so weiter bauen. Ich kann ja nicht hier einen Durchbruch machen, ne? Ja, natürlich. Heini. Goyal. Warte, wo ist mein Hake? So, jetzt habe ich natürlich... Egal, mache ich das hier so schnell. Ja, wie geil ist das denn? Habe ich einen Durchbruch? Kann ich von da aus auch rein? Die Tür. Ja, schön. Heini. Wunderbar. So fängt das an. Dann habe ich schon mal einen Zwei-Zimmer-Raum. Ja, 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 ja. Wie geil ist das denn? Wird später mal eine Garage oder sowas. Erstmal müssen wir aufpassen. Jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich was zu fressen kriege. Ähm, Wasser. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Ich muss noch hier ein bisschen... Ich muss erstmal einen Schaufel. Schaufel, 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 Schaufel. Hier muss ich nochmal ein Ding machen, dass es automatisch zugeht. Das geht auch. Das werden wir aber noch hinkriegen. So. So, wo ist mein Stein? Na, ganz toll. Ich hatte auch hier ein Glück. Einen Stein habe ich ja noch. Okay, dann ist das egal. Dann kriege ich zwei solche Dinger. Die gehen ja sowieso schnell kaputt. Mann, was ist denn Daten? Okay. Dann gehe ich jetzt mal raus. Und werde mit der Schaufel mal so ein bisschen noch Gras hauen und so. Oder Bäume schütteln. Welches Baum nehme ich denn? Das soll nicht so nah mein Haus sein, ne? Da hinten, diese Scheißdinger. Die gehen mal auf den Sack, ey. So. Fangen wir hier mal an. Ich habe gar keine Axt gemacht, ne? Doch, eine Axt habe ich ja noch. Die Moorrübe weg. So, Moorrübe weg. Und dann wollen wir mal zusehen. Ach, ein Bett wollte ich mir noch bauen. Genau, dafür brauche ich jetzt Holz. Das ist eine sehr gute Idee. Der kann nicht immer im Schlaf gehen, wenn die Mistviecher kommen. So, hier haben wir mal ein bisschen kaputt, dass ich... Vielleicht habe ich noch ein paar Leben hier drinne. Oder einen Apfel, wie man das nennt, in der Fachsprache. Da habe ich noch keine Ordnung von, ey. Ich bin ja noch kein Profi. Ja, siehst du, das rede. Gut, dass ich mich runtergestellt habe, ey. Boah, gib mir mal ein paar Äpfel oder sowas her, ey. Das hätte aber auch gierig, ne? Was ist das hier? Hat da jemand seine Höhle gebaut, oder was ist das hier? Komisch, dass da gar nichts drinne ist, ne? Na, ein paar Äpfelchen. Die fallen doch immer aus den Blättern, mal nie raus. So, hier auch nochmal. Ich will nicht so viele Bäume umhoben. Das mache ich alles später weiter weg. Ich habe keinen Bock, dass da irgendwie so einen Monsterschatten findet. Vereinzelt kann ich das wohl mal machen. Das war es aber dennoch. Kommt den noch und dann ist es gleich nachts. Und dann kommt die Mistviecher wieder an und ich stehe hier wie Piksieben. Ne Wolle und so habe ich nämlich alles schon. Kohle habe ich auch. Da kann ich mal eben gleich auch eben Fackeln wieder machen. Das ist eine gute Idee. So, und in diesem Sinne verpisse ich mich. Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu, dass ihr das gerne weiter guckt. Ich werde jetzt gleich hier ein Video weitermachen. Und ich sage schon mal in diesem Sinne ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.